Okay, willkommen zu einer neuen Folge. Ich hab rausbekommen, wo das ist. Es ist verdammt noch mal hier. Hast du mich einfach noch beigelaufen? Keine Ahnung. Ich wollte schon einen Fucking-Kraftat. Gebet. Eins, zwei, drei. Und Alkohol, weil es jetzt eine gute Meinung hat, wenn es jetzt klappt ist. Und ich hab den letzten Alkohol und den letzten kann ich einfach mit dem zurückgehen. Verdammt. Äh, ich hab erst gerade gemerkt, dass mein Mikro ganz woanders war. Wenn ihr mich nicht gehört habt, tut mir leid. Okay, nächste Welt. What the fuck? Ah, okay. Okay. Ach, Mann. Okay, dann hab ich das schon erledigt. Ah, du hast du damit fundamentals. Meh! Oh, 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 oh. 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 Okay, den zweiten habe ich. Jetzt muss ich irgendwie hochkommen. Okay, wir sehen uns gleich wieder und dann sehen wir, ob ich das jetzt bekomme. Okay, willkommen. Ja, ich habe jetzt das Haus bekommen. Eine einfache Sache, die wir machen müssen. Wir müssen andersrum gehen, das heißt, wir müssen... Er ist von hier oben. So, damit haben wir das. Klasse, du kleiner Missgeburt von einem... ...ix-Teil. Komm her, ich habe was Süßes für dich, du kleine Missgestalt. So. Ja, wir müssen jetzt den ganzen Deck da zurückgehen. Und dann so. 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 Ich warte. Okay, dann haben wir alles jetzt geholt. Ganz ehrlich, wie soll man darauf kommen? So. So. Damit haben wir alles. So. 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 So, wie? Wir müssen das machen. So. 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 Das war ein Fehler. Aber ich hab... Ich krieg das Leben wieder sowieso zurück. So, haben wir es mal. Oh. Ach, ich nehm das mal mit. Irgendwie hab ich jetzt diese Kristalle wertschätzen gelernt. Wegen den Münzen... Äh, wegen den Leben und alles. Und ja, ich wusste das. Ich hab kurz nachgeschaut. Nicht, dass ich wieder so... ...dinglich herumlaufe und das andere Level nochmal machen muss. So... So... ...und geschafft. Okay, was für mein Freund hab ich dann jetzt davor geholt? Oh, ich hab 5000 schon geholt. Das kann ich nicht mehr bekommen. Das ist scheiße. Äh... ...und... ...und... ...nachfisch hier. Hier oben sind die Kristalle. Hä? Ist es gerade durchgegangen? Ja? Ja? Das war's für heute. Oh, ich hab da grad was gesehen. Wie komm ich doch hoch? Das ist die bessere Frage. Okay, dann muss ich wohl die ganze Zeit wieder runter. Schade. Okay. So, jetzt hab ich mal ne Ruhe. Okay. Wenigstens hab ich das jetzt. Aber langsam wird die Level immer, ähm, größer. Das merke ich mal gerade so. Den dritten hab ich. Will ich da runter, weiß ich gar nicht. Aber wenn ich jetzt erfahre, dass da unten ein Kristall war, dann leck mich doch. Weißt du was? Fick dich. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich hab ein Kristall übersehen. Okay, mal schauen. Oh. Ihr könnt mich mal entwickeln. Ihr könnt mich mal wirklich. Oh, Mann. Ja, klar, ob ich das jetzt noch schaffe in der Zeit. Ach, Gautam, komm. Ach, doch. Vielleicht schaffe ich das ja. Okay, land ich bei einem Safe-Point. Ja, okay, bin ich bei einem Safe-Point. Ich wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Ich muss schon längst einen Cut machen. Dieses Level will ich noch in diesem Part bekommen. Okay, wir sehen uns im nächsten Part, dann mach ich das alles.